Ja, ihr Lieben, Sarah Wagenknecht will eine neue Partei gründen. Werdet ihr sie wählen? Das ist jetzt die Frage. Jedenfalls steht das in der Bild. Und ja, ich muss sagen, gut, es gibt so viele Parteien. Ich frage mich auch, was das soll. Na, was machst du, Hund? Ja, der Hund wählt auf jeden Fall nichts. Auch keine Sarah Wagenknecht. Der Hund wählt die Hundepartei. Wuff! Ja, ich weiß nicht, warum Sarah Wagenknecht eine neue Partei gründet. Und ob sie damit auch überhaupt klarkommen wird, das ist die Frage. Es wurden ja schon, was gibt es nicht alles? Graue Panther, Partei der Rentner, Partei der Piratenpartei, was weiß ich nicht, Wir, offene Partei für sexuelle Bedürfnisse, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe da keine Ahnung. Leute, bitte abonniert, kommentiert, wenn euch das Video gefallen hat, ein bisschen Witz gemacht hat, wenn ihr euch ins Fäustchen gelacht habt. Und ja, wenn ihr Sarah wählen wollt, dann wollt ihr Sarah wählen. So ist das nun mal. Oder ihr wählt sie nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie gründet eine Partei.